Aber ich habe noch nie gemacht, was mir gesagt wurde. Weder bei meinem Vater, noch von meinem Lehrer, noch von Sozialarbeitern, noch von den scheiß ***, noch von irgendwelchen Richtern, von niemandem. Somit auch nicht von euch, egal wie sehr ich euch liebe. Herzlich willkommen zu Fight Meets. Ich treffe heute Nimo. Ziemlich exklusiv sogar. Du gibst eigentlich zu dem Album nicht so viele Interviews. Zwei. Was ist da so der Hintergrund? Weil immer mehr Rapper geben immer weniger Interviews. Was ist dein Grund dafür? Ich finde eigentlich, die wahren Fans verfolgen einen auf Instagram, sehen die Livestreams. Wenn man was zu sagen hat direkt, dann teilt man das mit den Fans. Und zu viele Interviews, das sind meistens dieselben Fragen. Weißt du, was ich meine? Deshalb würde ich einfach zwei Interviews machen, ausführlich alles erklären. Okay, cool. Dann ist es mir auf jeden Fall erstmal eine Ehre, dass ich unter den zwei sein darf. Wie ist es deine Ehre, Bro? Und es verbindet ja auch eine kleine Historie. Ich habe dich gesehen, da kannte dich irgendwie noch gar keiner außer dein Label. Und ich habe dich live gesehen und fand dich überkrass. So, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Und dann habe ich dich so an die Seite genommen, habe mit dir ein Foto gemacht und habe so geschrieben, okay, das ist die Zukunft von deutschem Straßen oder Gangster-Web, habe ich glaube ich geschrieben. Und ungefähr sechs Monate später hast du es aber auch sofort zur Realität gemacht. Das ging so schnell, das hätte nicht mal ich erwartet. Aber wie ging es dir dabei? Also, es ist so viel passiert, dass ich jetzt genau die Emotionen nicht mehr beschreiben kann. Es ging alles viel zu schnell, um es zu beschreiben, weißt du? Also, ich selber habe ja auch mit einem gewissen Erfolg gerechnet, weil ich von mir selbst überzeugt bin, selbst überzeugt war. Aber so, dass es diese Ausmaße nimmt in so kurzer Zeit, das hätte ich nicht gedacht. Und ich war einfach überglücklich. Aber ich habe halt Zeit gebraucht, um es selber zu akzeptieren, zu verarbeiten, zu verdauen. Weißt du, was ich meine? Was ist denn so in dein Leben reingeknallt, was vorher niemals passiert wäre? Gab es da Sachen, die dich aus der Bahn geworfen haben? Oder warst du immer sehr straight? Wie meinst du sehr straight? Naja, dass du halt, ich kann mir vorstellen, dass wenn man halt irgendwie noch kein Star ist und keiner interessiert sich theoretisch für einen und dann ist man plötzlich, alle wollen Selfies und so. Irgendwann denkt man sich, Alter, was ist los? Und dann kann man so ein bisschen durchdrehen vielleicht. Oder man kann halt sagen, boah, ist mir so scheißegal wie vorher. Ich habe jetzt halt Erfolg fertig. Gemischt. Ich kann nicht sagen, ich war der oder der. Es ist am Anfang natürlich ein überkrasses Gefühl, weißt du? Wenn du aus der Hood kommst, dich hat kein Schwein beachtet. Die einzigen Leute, die mit dir zu tun hatten, waren deine eigenen Freunde, deine Familie so. Und auf einmal kommen Leute zu dir, sie erkennen dich, sie sprechen dich an. Sie geben dir Zuneigung, sie geben dir Respekt, sie geben dir Liebe. Und am Anfang ist es einfach, immer noch, natürlich werde ich glücklich, weißt du was ich meine? Immer noch macht es sehr viel Spaß und ich mache das mit Liebe. Und am Anfang war das so, wow, krass. Aber dann kommen die ersten Momente, wo du mal abgefuckt bist, das Haus verlässt. Und das hat jetzt gar nichts mit deinen Fans zu tun, das hat gar nichts mit deiner Musik zu tun. Und dann kommen die. Verstehst du? Kannst du ein Selfie machen? Und du bist gerade am Essen. Und dir fällt es sowieso schon schwer, Nein zu sagen, weißt du? Und wenn das dann nicht verstanden wird, dann, du fühlst dich einerseits schlecht, andererseits denkst du, ey Digga, respektierst du gerade nicht meine Situation, siehst du nicht, dass ich gerade abgefuckt bin, so. Aber mit der Zeit lernt man damit klar zu kommen, weißt du was ich meine? Du sagst auf dem Album, dass du Deutschraps Michelangelo bist. Genau. Was genau meinst du damit? Ich bin derjenige in Deutschrap, der frischen Wind gebracht hat. Ich war der erste Jüngere nach längerer Zeit, der als erstes gesigned wurde, der einen Deal bekommen hat. Der einen neuen Style gebracht hat. Von der Optik, von den Beats, von der Aussprache. Ich war der Erste, der mit seiner Stimme sich getraut hat zu spielen. Verstehst du? Verrückt. Und das Risiko eingegangen ist, dass die Leute sagen, ey der Junge ist lächerlich. Ich habe Kunst zu einer Zeit gemacht, wo ich nicht mal gewusst habe, dass ich Kunst mache. Verstehst du? Heute, wenn ich mir Habibi anhöre, denke ich mir vor, krass Digga, wie habe ich da gerappt. Und wenn wir mal ehrlich sind, wie viele von der nächsten Generation da draußen habe ich inspiriert? Mit meiner Kunst, mit meinem Werdegang. Wie viele da draußen haben mitbekommen? Wie ich vom kleinen Facebook Rapper zum großen Star geworden bin. Weißt du? Michelangelo hat sein Zuhause verlassen. Er hat irgendwo in einem Dorf gelebt. Er ist nach Florenz gegangen, um seine Kunst besser ausleben zu können. Ich habe mein kleines Dorf verlassen. Ich habe meine kleine Hut verlassen. Ich bin nach Frankfurt gefahren. Verstehst du? Es gibt mehrere Sachen so. Wenn du die jungen Rapper von heute siehst, wie geht es dir dabei? Ist das für dich cool? Es ist auf jeden Fall natürlich das cool. Ich bin stolz. Ich bin stolz auf, was ich gemacht habe für die Szene. Ich bin stolz auf das, was sie machen für die Szene. Verstehst du? Nur weil ich sage, ich bin Michelangelo heißt es nicht, ich bin der Pate von den anderen. Niemals will ich auch nicht sagen. Das soll keiner falsch verstehen. Nur, geht doch mal auf Instagram. Und schau, wie viele da draußen ihr Glück genauso versuchen, wie ich mein Glück versucht habe. Mit einfachen Dingen. Mit einfachen Dingen. Mit einem Beat. Einer Kamera, die dich in die Öffentlichkeit katapultiert. Und deinem eigenen Kind. Deine eigene Ausstrahlung. Wie viele versuchen es denn? Deswegen sagst du auf dem Album auch, dass du der Erste warst mit Handyvideos? Genau. Ich habe ja manchmal den Eindruck, wenn ich so etablierte Rapper betrachte, dass die Schiss haben, Handyvideos zu machen, weil das wirkt nicht so professionell. Wo ich so denke, ja aber es ist doch voll etabliert. Wie siehst du das? Würdest du heute noch Handyvideos machen? Ich mache doch heute noch Handyvideos. Also ich mache zwar keine, so wie ich jetzt im Auto sitze und rappe. Verstehst du, was ich meine? Ja klar. Aber ich gehe in die Booth, ich mache einen Song. Ich sage, ey, das müssen die Leute jetzt hören. Ja. Und ich zögere da auch nicht. Ich lasse es aufnehmen und lade es direkt hoch. Weißt du? Wenn ich im Studio bin und freestyl gehe ich live. Ich packe es in die Story. Warum soll man sich da schade dazu sein? Ich will doch diesen Moment mit meinen Fans teilen. Mit allen Teilen. Und vielleicht neue Fans dazugewinnen. Ich will die Leute doch von meinem Können überzeugen. Weißt du, was ich meine? Warum soll man das nur so stumpf über YouTube-Videos machen? Weißt du, was ich meine? Über richtige Musikclips. Warum nur bei sowas? Warum nur bei Jamfm, Kissfm, Flexfm, wie die auch alle heißen. Da vor dem Mic und rappen und tatatat. Warum? Weißt du, was ich meine? Wieso nicht auf meiner eigenen Plattform? Wieso nicht auf meinem eigenen Spielfeld sozusagen? Verstehst du? Auf meiner Seite geht es doch eh nur um mich. Dann lass doch alles sehen. Warum soll ich nur immer auf Bildern gut aussehen und gut posen? Und hier, wir sind dort. Und dann guck mal hier. Und wir sind dort. Weißt du, was ich meine? Alles. Wir haben vor ein paar Jahren auch mal ein Interview gemacht. Hast du gesagt, dass du Bock hast, persische Musikeinflüsse in deine Musik mit reinzubringen? Habe ich doch jetzt gebracht. Siehst du, es ist so weit gekommen. Der erste Step ist getan. Der nächste Step ist ein ganzer Sechzehner und dann ein ganzer Song. War das irgendwie schwierig? Oder war es eine Herausforderung für dich? Hm. Es ist eigentlich locker gekommen. Es ist ja auch nichts so Schwieriges jetzt, weißt du? Und ich habe auf jeden Fall Bock, noch mehr auf Iranisch zu machen. Aber Musik, die du machst, bleibt für immer. Und ich finde, am Anfang war es gut, dass ich mich öffentlich auch probiert habe mit manchen Sachen. Auf Habibi habe ich mich mit manchen Sachen probiert. Auf Kiki habe ich mich mit manchen Sachen probiert. Auf Kapimo. Verstehst du? Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit vorbei, wo man sich probiert. Weil es bleibt für immer. Ich glaube, ab jetzt muss es professionell rausgebrittert werden. Weißt du, was ich meine? Hm. So, du kannst auf Instagram natürlich was rappen und es mit den Leuten teilen. Aber was bleibt auf Spotify, auf Apple Music, auf dies, auf das, auf das, auf das, was du nie wieder zurückziehen kannst. Ich glaube, da muss man schon aufpassen. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich bin jetzt alt genug. Ich kann jetzt nicht zwei Wochen später sagen, ja Leute, ihr habt recht, das ist nicht bull. Du musst dir sicher sein und dann rausholen. Verstehst du, was ich meine? Gibt es Sachen, die du zurückziehen würdest von deinen eigenen Songs? Oh ja, 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 ja. Vieles, vieles, vieles. Warum? Vieles. Weil ich mich heute daran nicht mehr sehe. Weißt du? Weil ich mich heute dafür teilweise auch schäme, dass ich das gesagt habe. Dass ich das getan habe. Und noch darüber gerappt habe. Verstehst du? Aber das bist doch auch du. Ja, das war ich. Ja. Das bin ich nicht mehr. Das war ich. Das war ich. Aber du ziehst die Songs nicht zurück. Nein. Du stehst dazu. Ich muss dazu stehen. Ich muss dazu stehen. Dazu stehen hört sich so scheiße an. Wenn ich jetzt sage, ich stehe dazu, dann heißt es, dass ich es nicht bereut habe. Ja, du willst eigentlich nicht dazu stehen. Das bin ich. Weißt du? Ja. Und dieser Fehler ist nun mal öffentlich. Für mich sind einige Sachen Fehler. Andere sehen das gar nicht so ein und sagen, ey, die Sachen sind krass. Was redest du da? Wir feiern das als Todes und so. Die verstehen es ja auch nicht, wie ich es verstehe. Die fühlen es ja auch nicht so, wie ich es fühle. Die haben das ja auch nicht so gelebt, wie ich es lebe. Das ist auch gar kein Vorwurf. Versteht mich bitte nicht falsch. Verstehst du? Aber ich schäme mich für meine Fehler, die ich getan habe. Und einige habe ich preisgegeben. In Videos, in Liedern, in Interviews und was weiß ich. Auf dem Album sagst du auch, dass du früher Fehler gemacht hast. Was ist denn konkret zum Beispiel eine Sache, die du heute nicht. Also wo du sagst, das war ein Fehler, dass ich das gemacht habe. Drogen. Drogen sind Fehler. Vertrauen. Man darf nicht jedem da draußen vertrauen, der dich Bruder nimmt. Das darfst du nicht. Du darfst nicht jedem da draußen vertrauen, der sagt, ich bin deine Schwester. Und du bist meine beste Freundin. Das gilt für alle da draußen. Vertrauen. Ich habe zu vielen Leuten vertraut. Ihr dürft nicht zu vielen Leuten Gesicht zeigen. Wie findet man die richtigen Leute? Es kommt. Wenn man den, ich weiß nicht, das kann ich dir jetzt schlecht sagen. Ich würde sagen, wenn man den richtigen Weg geht. Aber ich habe meine Freunde auch im Gefängnis kennengelernt. Ich habe meine Freunde auch in Krisenzeiten kennengelernt. Aber sie sind wichtige Freunde. Das Leben, mein Buch steht geschrieben. Weißt du? Dein Buch steht geschrieben. Es steht alles geschrieben. Nur man darf nicht gegen sein Schicksal ankämpfen. Auf dem Weg zu deinem Schicksal, das was für dich geplant ist, dann kommen schon die Menschen. Die kommen sollen. Dann gehen auch die Menschen, die gehen sollen. Du musst halt mit Gefühl gehen. Und es kommt einfach. Das kann ich jetzt für euch nicht sagen. Weil am Ende sage ich jetzt irgendwas. Verstehst du, was für mich ist? Was zu mir trifft, wo ich meine Freunde getroffen habe oder dies und das. Und dann versuchen die Leute extra diesen Weg zu gehen, um auch diesen Weg zu leben wie ich. Aber das wäre falsch, dann würde ich euer Schicksal lenken. Für jeden ist etwas geplant. Für jeden. Safe. Wenn du sagst, dass Drogen ein Fehler sind, du hast eine Zeile auf dem Album, die lautet Betäuben uns täglich mit den Schuppen des Teufels. Genau. Ist das das? Dieser Text ist auch mehrere Jahre alt. Dieser Text ist sieben Jahre alt. Der erste Sohn auf dem Album. Aber es ist die Wahrheit. Weißt du, was ich meine? Wir betäuben uns tagtäglich mit den Schuppen des Teufels. Jeder von uns betäubt sich. Mit irgendetwas, was uns schadet. Verstehst du? Wenn ich jetzt sage, wir betäuben uns mit den Schuppen des Teufels. Der eine von uns trinkt. Der andere von uns raucht. Der eine von uns kifft. Der eine von uns zieht. Verstehst du? Der eine Bruder macht alles. Was glaubst du, warum die Menschen das machen? Warum? Ja. Warum die Menschen das machen? Weil sie ihre Angst dazu verlieren. Wann fängst du denn an Drogen zu nehmen? Wenn du deine Angst davor verlierst. Von zu Hause wird die beigebracht. Also mir wurde beigebracht von zu Hause. Drogen sind schlecht. Mir wurde aber nicht beigebracht, was eine Droge ist. Bei mir zu Hause wird beigebracht, dass alles Drogen sind. Ich habe nur das Wort Droge. Und dass es schlimm ist. In einer Kombination gehabt. Verstehst du? Ja. Nun aber wenn du in der Hood draußen unterwegs bist. Und du hast einen Homie. Oder du hast einen Bro. Oder du kennst jemanden, der jemanden kennt. Und der ist ein Jahr älter oder zwei Jahre älter. Und der kifft. Der hat schon ein paar Mal gekifft. Und der sieht nicht aus wie ein Junkie. Und der ist nicht abgemagert. Und der ist nicht so wie deine Eltern ihn beschrieben haben. Verstehst du? Ja. Dazu kommt noch, dass es dann cool wird. Und du es aus zwei Gründen dann machst. Einmal, weil du in deiner Gruppe auch anerkannt werden willst. Weil du auch in dieser coolen Liga mitspielen willst. Und einmal, weil du deine Angst davor verlierst. Weil du dir denkst, ach das ist gar nicht so schlimm. Verstehst du? Nun hast du deine Angst vor dem einen verloren. Aber du hast noch deine Angst vor den anderen Dingen. Aber wenn du bei den anderen Sachen auch deine Angst verlierst, nimmst du es auch. An welcher Stelle hast du für dich gemerkt, dass Drogen schlecht sind? An dem Punkt, wo ich mich im Spiegel gesehen habe und gesagt habe, du siehst richtig ekelhaft und hässlich aus. Du verfickter Scheißjunkie. Du bist nicht mehr der Mensch, der du mal warst. Du bist nicht mehr der Mensch, weshalb die Leute dich lieben. Ich sehe den Glanz in deinen Augen nicht mehr. Als ich das zu mir selber gesagt habe, war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich hasse dich. Du bist eklig. Hör auf so zu sein. Mach was dagegen. Ja. Wie einfach war das oder wie schwer? Also war das ein Kampf? Natürlich war es ein Kampf. Du siehst ja diese Menschen nicht nach zwei Jahren erst wieder im Spiegel. Du siehst sie die ganze Zeit. Verstehst du? Ja. Und in dieser ganzen Zeit sagen die Leute, die dich lieben, hör auf, 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 hör auf. Aber du guckst weiter in den Spiegel und du sagst Nein. Nein, nein. Aber innerlich denkst du dir doch. Aber das Nein ist lauter. Verstehst du? Ja. Bist du irgendwann müde von dir selber wirst. Bist du irgendwann müde wirst davon und siehst wie deine Freunde und dein Umfeld von dir müde wird. Müde vom Reden. Müde vom Anfliehen, damit man aufhört. Müde vom Sei nicht so. Traurig werden. Also ein Junkie warst du ja nur nicht so. Du hättest ja nicht deine Karriere, du hast ja eine laufende Karriere gehabt. Du musstest ja arbeiten, funktionieren, das hast du ja. Nein Bruder, bitte lass mich kurz was sagen. Ja. Bruder, guck mal, es mag sein, dass jetzt vielleicht einige Leute geschockt sind und einige Leute vielleicht das gar nicht erwarten. Aber ich möchte, dass die Leute alles wissen. Ich bin hier, damit die Leute die Wahrheit erfahren. Ich möchte mich nicht von einer Seite präsentieren, von der ich gar nicht bin. Versteht ihr? Ich stehe zu meinen Fehlern, die ich gemacht habe. Und ich bin heute hier und kann euch aus meinen Fehlern meine Erfahrung mitgeben. Und ich habe diese Fehler gemacht und es ist, glaube ich, nicht richtig darüber zu schweigen. Versteht ihr, was ich meine? Deshalb sage ich euch das alles. Lasst eure Finger einfach weg von Drogen. Zieht keinen Koks. Nehmt keine Teile. Nehmt keine Chemiedrogen. Nehmt sowas nicht zu. Ihr wisst nicht, was ihr zu euch nehmt. Das geht alles ganz schnell. Vertraut mir. Ihr macht euer Gehirn kaputt. Ihr verbrennt euch selber. Ihr verblödet euch. Ihr habt nur Spaß für den Moment, aber ihr zerstört eure Zukunft. Ihr zerstört eure Emotionen, eure Endorphine. Versteht ihr? Macht mal Sport. Eine Stunde am Tag. Endorphine. Nach dieser einen Stunde, wenn ihr geduscht seid. Ihr fühlt euch so frei. Ihr fühlt euch so gut. Ihr seid so glücklich. Und wuuu. Ich kann springen. Versteht ihr? Ihr könnt mit einer Line Kokain auch glücklich sein. Eure Endorphine können zehnmal mehr geballert werden. Aber das ist Chemie, Leute. Das ist nicht Natur. Genauso wie es hundertmal höher geht, geht es dann auch wieder hundertmal tiefer. Und da müsst ihr erstmal rauskommen. Versteht ihr? Wie kommt man denn da raus? Indem man weitermacht. Und man kommt in einen scheiß Teufelskreis rein. Ist es nicht auch so, dass, weil du gerade gesagt hast, dass wenn man Sport macht und sich dann so happy fühlt. Ja. Du hast ja dann auch was für dich gemacht, für deinen Körper. Ja. Und das bleibt ja. Das ist ja auch sinnvoll. Wenn du dir eine Line ballerst, hast du ja eigentlich gar nichts gemacht. Das ist ja deswegen die Schuppen des Teufels. Genau. Das sind die Schuppen des Teufels. Verstehst du? Kokos sind die Schuppen des Teufels. Lass uns mal kurz zu dem Album zurückkommen. Du hast im Frühjahr angekündigt, dass du ein Album ohne Autotune machen willst. Ja. Was ist daraus geworden? Guck mal, ich erkläre dir, was auch im Frühjahr war man. Okay? An alle da draußen. Damit diese Sache ein für alle Mal beendet ist. Weil ich würde darüber nie wieder reden. Und das geht mir langsam wirklich auf den Sack. Okay? Ich habe im Frühjahr, das war auch in Hamburg, bei irgendeinem Festival war das. Da habe ich den Sino getroffen. Mhm. Ich habe Sino getroffen und wir haben ein… War das im Frühjahr oder war das letztes Jahr sogar? Das war nicht im Frühjahr, das war letztes Jahr. Ich habe Sino getroffen und wir haben ein kleines Interview gehabt. Und Sino hat mich gefragt, was steht denn an in Zukunft? Zu dieser Zeit wollte ich ein Album machen. Home Sweet Home. Okay. Ich habe die Beats gepickt gehabt. Ich habe Texte geschrieben. Nicht alle fertig, aber ich hatte das gesamte Konzept. Verstehst du? Ich hatte ein Farbbild. Bam, bam. Was ist dann passiert? Danach ist das Home Sweet Home nicht geworden und ich habe Capimo aufgenommen. Gemeinsam mit Capo. Wir haben Capimo fertig gemacht. Wir haben die Videos gedreht. Die Tour wurde leider abgesagt. Nun gab es ein, zwei, drei Monate Pause. In diesen ein, zwei, drei Monaten bin ich nach Kosovo geflogen, um gemeinsam mit Buterin den Song Dreamgirl zu machen. Ich gehe dort hin, lerne neue interessante Menschen kennen, coole Menschen kennen. Grüße gehen raus an Dennis, an das gesamte Team von euch, Buterin, Big Bang. Ich lerne also Big Bang kennen und bekomme wieder richtig Bock darauf, Mucke zu machen. Weil der Bruder zu mir sagt, du hast so ein Potenzial. Warum machst du Pause? Warum wartest du? Auf was wartest du? Mach Musik und reiß ab. Er hat mir so eine krasse Motivation gegeben, dass ich vor Ort zu meinem Manager gesagt habe, Hey, ich bleib einen Monat hier. Ich bleib hier und mach mein Album hier mit ihm. Welches Album? Home Sweet Home. Das Nemo Rap Album. Okay? Nun, pass auf. Ich musste aber zurückkommen, um irgendwelche Sachen zu machen. Ich kann mich nicht mehr sehr gut daran erinnern. Was geschieht? Ich komme voller Motivation zurück nach Hause. Ja. Okay? Psy schläft bei mir zu Hause. Weil Psy Rina und Shubi aufnehmen sollte. Nun ist Psy bei mir zu Hause und ich komme nach Hause und ich bin voll motiviert und mir geht es richtig gut. Und ich habe richtig Bock Mucke zu machen. Wir wollen zusammen ins Studio fahren. Wir fahren zusammen ins Studio und auf dem Weg ich in Instagram live. Er macht einen Beat an und ich fange an zu freestylen. Oh Baby, ich hab Cash da. Cash da. Oh Baby, ich hab Cash da. Cash da. Mit mir in mein Penthouse. Penthouse. Psy guckt mich an. Ich guck Psy an. Ich denke, ja, das ist es, Bruder. Den machen wir jetzt. Verstehst du? Es war nichts geplant. Ich wollte nur ins Studio gehen mit den Jungschen. Oh. Wir gehen ins Studio. Er macht den Beat an. Er öffnet Cubase. Ich gehe da rein. Bam. Wir haben die Hook. Ich sage, okay, okay, warte. Ich mache einen kleinen Freestyle. Papp, 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 papp. Fertig. Der Song ist fertig, wie ich dir gesagt habe. Oh mein Gott, krass. Was haben wir gemacht? Ich lad ein Handyvideo hoch. Freestyle mit Psy. Okay. In dieser Nacht sind noch drei Lieder entstanden. Wow. In den nächsten vier Tagen ist das gesamte Album entstanden. Krass. Okay? Ja. Einige Songs sind separat noch im Nachhinein dazugekommen. Vielleicht vier Stück, fünf Stück, höchstens. Aber der größte Teil ist innerhalb von vier Tagen entstanden. Es ist ein Album entstanden, was nicht geplant war. Sprich, es ist nicht das Album, was ich gesagt habe. Verstehst du, was ich meine? Es ist aber nicht meine Schuld. Und es juckt mich auch gar nicht. Weil ich weiß, dass ich da das krasseste Nemo-Album gemacht habe. Und das Album, was geplant ist, das wird doch sowieso kommen. Verstehst du? Nun, mit diesem Album beantworte ich auch ein für alle Mal die Frage, wo ist der alte Nemo? Es gibt keinen alten, es gibt keinen neuen. Hier ist ein Nemo. Versteht ihr? Hier ist ein Nemo. Und du kannst mir nicht sagen, dass Habibi sich gleich anhört wie Kiki. Du kannst mir nicht sagen, dass Kiki sich gleich anhört wie Kapimo. Und du kannst auch nicht sagen, dass Kapimo oder eines der anderen Alben sich anhört wie Nemo-Original. Horns, ich bin ein verfickter Künstler, man. Verstehst du, was ich meine? Und in mir steckt so viel. So verdammt viel. Und hoffentlich, hoffentlich gibt mir Gott die Zeit auf dieser Welt, um euch alles von mir zu zeigen. Nicht nur eine Seite, die ihr feiert. Verstehst du? Verstehst du? Versteht ihr? Ja. Ich hab so viel in mir. So vieles. Ich schwör's dir. Komm, lass uns jetzt ins Studio gehen, nimm deine Kameras mit. Ich mach dir heute noch drei, vier, fünf Songs fertig. Okay? Und du wirst sagen, was? Das hast du nicht gemacht. Ich schwör's euch. Ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Ich schwör's euch allen. Und Nemo-Original ist der Anfang einer neuen Ära. Verstehst du? Ja. Ich hab mich selber nochmal neu gefunden. Ich hab mich jetzt erst gefunden. Horns, ich bin topfit, vertrau mir. Ich bin topfit bei klar und verstanden. Ich brauch nichts. Ich brauch nichts, um Mucke zu machen. Ich brauch nur einen anständigen Typen, der aufnehmen kann. Und ich brauch anständige Beats. Verstehst du? Und das ist alles. Und die Sachen mit mir und Psy, das ist einfach... Gott hat mir diesen Jungen geschickt. Und Gott hat mich ihm geschickt. Wir haben uns gefunden. Wir sollten uns finden. Bro, wir sind das Dream Team, Alter. Ich sag's dir. Wir sind wie Kalim und Baver. Wir sind wie Eminem und Dr. Dre, Alter. Wow. Verstehst du? Auf jeden. Sag mal, du hast auf dem Album auch irgendwie Flows. Neue Flows, die ich so von dir irgendwie noch nicht gehört habe. Bei welchen die dann? Die hab ich mir natürlich jetzt genau nicht aufgeschrieben. Aber über das ganze Album verteilt hast du Flows, die... Wo ich gedacht hab, Alter krass. Wie bringt der das? Wie macht der das? Wie kommt der auf die Idee? Hat der das geübt oder fließt das aus ihm raus? Aber im Grunde hast du es gerade erzählt. Es muss also total spontan... Das ganze Album sind pure Emotionen, Bruder. Das ganze Album sind pure Emotionen. Und ich hab zum Beispiel, ich bin reingegangen, jedes Lied hat mit der Hook angefangen. Jedes Lied hat mit der Hook angefangen. Und dann wo es bei dem Part war, bei den meisten hab ich gefreestackt. Und bei manchen, das sind drei, vier Songs, da hab ich Parts genommen, die sind sieben Jahre alt, Mann. Sieben Jahre alt, Bruder. Sieben Jahre. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil, Bruder, ich will einfach alle Mal damit auch abschließen. Und weil die Leute auch gesagt haben, alter Nemo, lass mir Digga, dieser alte Text ist eh da. Und wann soll ich den in den Rappen? Mit 26, 27? Soll ich den dann erst auspacken? Hier komm, wir beenden dieses Kapitel und beginnen ab diesem Album ein komplett neues Kapitel. Und das wird doch so sein. Weißt du, was ich meine? So. Wie gehst du aber dann damit um, wenn zum Beispiel Fans sagen, ja, ich möchte halt den alten Nemo. Ich möchte das so und nicht anders. Bro. Macht das was mit dir? Bro. Es hat eine Zeit lang was mit mir gemacht. Okay? Und ich sag allen meinen Fans, guck mal, ich liebe euch und ich bin euch dankbar für euren Support. Unfassbar. Versteht ihr? Auch wenn das jetzt jeder sagt. Auch wenn das jetzt gerade im Moment nur Worte sind. Okay? Aber vertraut mir bei einer Sache. Versteht mich nicht falsch. Aber ich habe noch nie gemacht, was mir gesagt wurde. Weder bei meinem Vater, noch von meinem Lehrer, noch von Sozialarbeitern, noch von der scheiß ***, noch von irgendwelchen Richtern, von niemandem. Somit auch nicht von euch. Egal wie sehr ich euch liebe. Ich liebe meinen Vater auch meine Mutter auch. Vertraut mir. Ich mache was ich will. Das ist das Einzige in meinem Leben, was ich habe, wo ich machen kann, was ich will. Das ist das Einzige. Okay? Ich muss Steuern zahlen. Ich muss Miete zahlen. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Ich muss genügend Dinge machen. Jeder von uns. Du, 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 du. Okay. Lasst mir diese Freiheit, die ich habe in meiner Musik. Okay? Bitte. Und ich verspreche euch. Ich verspreche euch. Ich verspreche euch. Ich verspreche euch nicht, das nächste Album wird so, das nächste Album wird so. Ich verspreche gar nichts mehr in dieser Hinsicht. Ich verspreche einfach nur. Es wird so viel Musik kommen und ich wette, es ist für jeden etwas dabei. Für die, die den mögen, den mögen, den Musikstil, den Musikstil, den Musikstil. Und es wird noch neuere Musikstile geben. Ich werde mich noch weiterentwickeln. Versteht ihr? Es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Aber wir brauchen uns nicht auf eine Sache zu fixieren. Nimo ist nicht ein Stil. Nimo ist... Wie gehst du eigentlich damit um, dass wiederum andere Leute auch darüber reden? Und das ist dann so Fitna und Beefs und wie gehst du damit um? Was meinst du, Bruder? Naja, es gab in den letzten Monaten immer wieder auch mal so Nachrichten, dass du in andere Städte gefahren bist und dass es Beefs gäbe und so. Was hat das damit auf sich? Sag ich dir, was es damit auf sich hat. Wie ich euch schon gesagt habe, ich habe viele Fehler gemacht. Viele Fehler von mir sehe ich ein, habe ich eingesehen. Ich habe daraus gelernt und ich habe mich auch entschuldigt. Ein großer Fehler von mir war, dass ich öffentlich Meinungen geäußert habe. Ob diese Meinungen jetzt richtig waren oder nicht, es war falsch von mir. Und bei denjenigen, an die es ging, bei denen habe ich mich persönlich entschuldigt. Versteht ihr? Und ich möchte, dass sie auch aus meinen Fehlern lernen. Weil da draußen wird es Künstler geben, die noch übermorgen erst bekannt werden. Morgen erst bekannt werden. Ich gebe dir mit auf deinen Weg. Mach sowas nicht. Mach einfach deine Musik. Lass die anderen Leute machen. Es ist scheißegal. Gönn jedem, dir wird gegönnt. Mach keine Stories über die und die und die. Mach keine Anspielungen. Fährt nicht in andere Städte. Das ist alles Kinderscheiße. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir unsere Familie ernähren. Geht es darum, dass wir unseren Traum leben. Das möchte ich euch auf eurem Weg mitgeben. Warum machst du das? Also ich finde das ist, ich kenne in Deutschland, wenn ich jetzt so überlege, fallen, es fällt mir eigentlich ehrlich gesagt gerade gar keiner ein, der das Bedürfnis hat, dass seine Fans erstens ihn richtig verstehen und zweitens, dass sie mehr mitnehmen als jetzt nur Entertainment und Musik, sondern du hast ein Sendungsbewusstsein. Da ist eine Botschaft. Woher kommt das? Warum machst du das? Bruder, ich erkläre es dir. Falk, ich bin bei meinem Vater aufgewachsen. Mein Vater hat seine Heimat verlassen, weil er ungerecht behandelt wurde, weil sein Land ungerecht behandelt wurde. Verstehst du? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird mir schon früh mitgegeben. Ein warmes Herz, ein großes Herz wird mir schon früh mitgegeben. Weißt du? Und ich bin Tupac-Fan des Todes. Verstehst du? Und seine Message. Seine Message. Bruder, ich habe heute die Möglichkeit, seine Message weiterzuleben, weiter zu verbreiten. Schritt für Schritt. Verstehst du? Ich mache das nicht wegen ihm, aber er hat das mir getan. Ich gebe nur zurück, was mir gegeben wird. Gerechtigkeit. Diese Leute geben mir Liebe. Wieso soll ich nicht von meinen Erfahrungen ihnen zurückgeben? Wieso soll ich sie nicht warnen vor etwas, was sie nicht macht? Ich wurde auch gewarnt. Weil ich geliebt wurde. Weil ich geliebt werde. Verstehst du? Das ist meine Art, meine Liebe zurückzugeben. Das ist doch alles, was ich habe. Was soll ich machen? Soll ich mein Geld mit den Leuten teilen? Dafür reicht mein Geld nicht aus. Verstehst du, was ich meine? Dafür reicht mein Geld nicht aus. Weil es so viele Leute sind. Weil es so viel Liebe ist. Also das Ding ist, ich finde das sehr bewundernswert. Aber ich frage mich halt, warum zum Beispiel andere Rapper das gefühlt nicht so machen. Bruder, das ist egal, was andere machen. Verstehst du? Und das ist auch ein Fehler. Wieso machen andere nicht so? Lass uns doch einfach gut sein. Und lass doch uns mit unserer guten Seite inspirieren andere. Und irgendwann werden die vielleicht auf unseren Zug aufspringen. Weißt du, was ich meine? Warum immer? Warum mache ich? Warum macht der nicht? Nein, Bruder. So gar nicht denken. Dieses Denken direkt ausschalten, Bruder. Ich mache, weil ich es machen will. Aus reiner Überzeugung. Bruder, ich mache das nicht, um jemanden zu gewinnen. Weißt du, Mann? Ich schwere es dir, Bruder. Ich schwere es dir. Ich mache das nicht, um jemanden zu überzeugen. Ich bin so, wie ich bin. Weißt du? Ja, du bist on a mission. Und ich habe mir auch vorgenommen bei diesen Interviews. Ab jetzt bei jedem Interview. Ich werde mit dir sitzen und reden, wie ich mit einem von meinen Brüdern reden würde. Wie ich mit einem von meinen Bros sitzen und reden würde. Okay. Einfach sein, wie man ist. Verstehst du? Ich habe kein Image, Bruder. Du gibst mir ein Image. Du gibst mir ein Image. Du urteilst mich. Du schiebst mich in eine Schublade. Aber ich will mich selber nicht in eine Schublade stecken. Weißt du? Ich will nicht so und so da sitzen und sagen, ich will, dass die Leute von mir das und das denken. Ich will, dass ich der und der für die Leute bin. Ich kann für dich sein, wer ich will. Ich kann für dich der große Bruder sein. Ich kann für dich der kleine Bruder sein. Ich kann für dich der Nimo sein, der scheiße labert. Ich kann für dich der Pisser auf Autotüren sein. Ich kann für dich sein, wer du willst, Bruder. Such es dir aus, Mann. Aber ich bin ich. So, wie du mich siehst. Verstehst du, was ich meine? Und vielleicht verstehst du mich jetzt. Vielleicht verstehst du mich in der Zukunft besser. Vielleicht willst du mich gar nicht verstehen. Aber ich präsentiere mich so, wie ich bin. Kommen wir zu einem Themenkomplex auf deinem Album. Ja. Es geht nämlich in einer ganzen Reihe von Songs um Frauen. Beziehungen zu Frauen. Eine Beziehung. Okay. Es geht um eine Beziehung. Interessant. Es gibt zum Beispiel den Song Karma. Genau. Und es gibt aber auch noch andere Songs. Und da habe ich mich gefragt, okay. Der Song Sommer 19. Ja. Der Song Sex. Der Song Wann du willst. Der Song Karma. Und der Song Kein Schlaf handelt sich um eine Frau. Okay. Es ist eine Geschichte. Es ist ein digitales Liebeshörbuch in Gesangsform von Nimo Original. Im Album. Versteht ihr? Aber das soll jeder für sich selber entdecken. Da soll jeder für sich selber reinhören und seine Vision selber ausmalen. In der Doku habe ich das ein bisschen ausführlicher erklärt. Also das heißt, das sind alles Sachen, die du selber erlebt hast. Das ist nicht irgendwie, dass du einen Liebestrack schreibst, sondern das ist dein Leben. Das alles bin ich. Deshalb heißt es auch Nimo Original, Digga. 100 Prozent. Verstehst du? Und auch wenn ich es nicht bin, weil wie gesagt, die Texte sieben Jahre alt sind, dann war ich es. Und das, was ich war, bin ich immer noch. Verstehst du? Ich bin nicht mehr so, wie ich war, aber was ich war und wer ich war, bin ich heute immer noch. Ich hoffe, die Leute verstehen, was ich meine. Naja, natürlich. Das ist ja ein Teil deiner Historie. Genau. Du hast dich verändert. Genau. Und guck mal, diese Lieder, die Hardcore-Hardcore-Hardcore-Fans, die kennen diese Texte von Handy-Videos. Die Hardcore-Hardcore-Hardcore-Fans. Die kennen diese sieben Jahre alte Texte. Bei dem Track WDW featuring Rina, da rappt Rina ja sozusagen aus der Sicht der Frau. Nein. Nein? Sie rappt ihre Story. Wenn ich ein Lied mit einer Frau mache, bin ich der Mann und sie ist die Frau und ich rappe zu ihr und sie zu mir. Sie ist ein eigenständiger Künstler und sie hat ihre eigene Vision und sie schießt ihre eigenen Bilder. Ah, okay. Ich habe in der Regel, ich bin da nur reingegangen, habe den Scheiß gefreestylet, habe ein bisschen getextet, tak, tak, tak. Der Song war fertig und ich wollte Rina draufhaben. Rina hat das im Nullkommal nichts gezaubert. Gezaubert, sag ich dir. Du hast es selber gehört. Was sagst du dazu? Ich fand es super, ich habe nur halt gedacht, dass sie die Frau in Rolle erzählt. Nein Bruder, nein. Und das Gegenstück zu dir dann ist. Nein. Das einzige Mal, wo man die Frau als Gegenrolle hat, so eine Version gibt es auch, aber das ist mit Jenny Masala, Sommer 19. Bei Sommer 19, mein Bild hinter der ganzen Sache ist, ich laufe und sehe eine Frau an der Busseite Stelle, sehe sie im Blickwinkel und denke, wow, und laufe wieder zurück. Ich stelle mich so neben sie, halb schüstern, halb selbstbewusst, weißt du, Angst was falsch zu machen, aber trotzdem nicht so die Schwäche zeigen, weißt du? Nicht Schwäche, keine Schwäche zeigen. Und das ist wie so ein Bollywood-Film. Kennst du diese Sympathie zwischen diesen Bollywood-Schauspielern immer? Sie will eigentlich auch, aber sie läuft weg und grinst so und der läuft hinterher und tanzt und dieses Bild schießt sich. Sie läuft dann zur Bahn, weil der Bus nicht kommt. Sie wartet auf den Bus, der Bus kommt nicht, sie läuft. Sie läuft und ich tanze die ganze Zeit um sie herum, ich laufe. Sie redet aber nicht mit mir, aber sie ist auch nicht abgeneigt. Verstehst du, sie grinst immer. Ich bringe sie zum Lachen, weil ich mich lächerlich mache für sie und das sage ich auch. Ich habe getanzt damit, du lachst. Nun geht sie runter bei den Rolltreppen zur Bahn und die Bahn ist voll. Ich sage, gib mir deine Nummer. Sie sagt nein, also sie antwortet nicht. Ich sage okay, dann überlasse ich dem Schicksal unser Glück. Doch wenn wir uns das nächste Mal sehen, bekomme ich deine Nummer. Sie dreht sich um, geht in die Bahn und sagt okay, bye, bye. Du bist verrückt. Was mache ich? Ich habe ihre Unimappe gesehen. Ich weiß, dass sie zur Universität gehen will. Ich jump hoch. Ich jump hoch. Ich habe noch 5 Euro. Ich steige ins Taxi. Ich sage, bring mich zur Beitrag, 5 Euro zur Universität. Er fährt mich, er fährt mich, er fährt mich. Er sagt 5 Euro. Ich sage bitte noch 50 Cent, 1 Euro, was auch immer. Klapp, ich steige aus. Ich renne weiter. Ich bin aber noch weit entfernt, aber ich bin auf der Route, wo die Studenten mit ihren Fahrrädern fahren. Was mache ich? Ich nehme einen Ring. Ich sage zu dem Studenten, bitte gib mir dein Fahrrad. Er sagt nein, nein. Ich sage, guck, das ist echtes Gold. 8, 5, 8, 5, 8, 5, was auch immer. Er gibt mir sein Fahrrad. Ich jump, ich jump, ich jump, ich jump. Ich jump und ich gucke. Ich möchte nicht in den Hörsaal reingehen. Ich warte aber, ich will sie ja nicht stören, ich will sie ja nicht blamieren. Aber was mache ich? Sagen wir, hier ist die Tür und ich stehe hier. Ich warte, bis alle später aus dem Saal rauskommen. Und wenn sie dann rauskommt, dann tippe ich ihr auf die Schulter und halte mein Handy mit dem Dinger schon hin, dass sie ihre Nummer eintippt. Weißt du? Und danach, ja, so war das. Auf dem Album sagst du auch, mit Geld lässt sich alles klären. Ja, hundertprozentig. Ist das so? Hundertprozentig. Alles? Nicht alles. Okay. Aber das meiste. Mit Geld lässt sich doch alles klären. Was sage ich denn da? Bezogen jetzt wieder auf meinen Text davor. Ja. Damals neben Pissgeruch geschlafen, heute Star mein Bra. Ich habe damals in Tiefgaragen geschlafen, wo Leute gepisst haben. Weißt du, was ich meine? Auf runterkomme. Auf besoffen so. Ich kann nicht nach Hause gehen. Heute Star mein Bra. Damals noch in U oft wegen Kleinigkeiten, heute bezahle ich Star-Anwalt. Und ich komme nicht rein. Du rappst aber auch. Weißt du, was ich meine? Ja. Damals neben Pissgeruch geschlafen. Ja. Du rappst aber auch, mit Geld kommt man der Sonne nahe. Mit Geld kommt man der Sonne näher. Ja. Ja. Aber man kann sich ja auch verbrennen. Ja? An der Sonne. Oder nicht? Nein, aber ich meine den Platz an der Sonne. Dem kommst du näher. Okay. Dem Platz an der Sonne kommst du näher. Mit Geld. Klar. Verstehst du? Natürlich, jemand der Entertainer ist es auch taktisch am Strand. Aber genießt er den Strand so wie du? Sieht er den Strand so wie du? Er sieht den Strand als Hölle. Er sieht den Strand als Hölle, oh glaub mir. Verstehst du, was ich meine? Er sieht den Strand als letzte Chance. Aber so wie wir den Strand sehen und den Strand sehen wollen, dafür brauchst du verdammt nochmal viel Asche, Alter. Auf jeden Fall. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich schweige denn davon, dafür immer zu leben. Aber mit Geld kommt man der Sonne näher. Du redest auf dem Album auch viel über die Beziehung zu deinen Eltern. Und du hast damals, als ich dich interviewt habe, das erste Mal auch diese Geschichte zwischen dir und deinem Vater erzählt, dass dein Vater immer gesagt hat, mach was Anständiges. Geh zur Schule, mach eine Lehre, sowas. Der wollte etwas anderes für dich. Mhm. Und du sagst auf diesem Album auch, dass es dir leid tut. Ist das immer noch ein Thema zwischen euch oder ist das auch ein älterer Text? Das ist kein älterer Text. Der Text ist gefristet, der ist neu. Aber es tut mir immer noch leid. Es tut mir nach wie vor leid. Und es wird mir bis zu meinem letzten Tag leid tun. Auch wenn mein Vater mir jetzt zig Male verziehen hat. Aber es tut mir leid. Das kann man nicht rückgängig machen. Weißt du? So, ich glaub, in dieser Zeit habe ich meinen Vater richtig alt gemacht. Richtig Kraft genommen. Weißt du? Hoffnung gekostet. Wenn du mal nach Hause kommst und du siehst in deinem Vater keine Hoffnung mehr in seinen Augen. Verstehst du? Und das hast du diesem Mann angetan. Das hast du diesem Mann angetan, der dich über alles liebt. Das kannst du dir nie verzeihen. Du kannst nur, es tut mir leid, sagen. Und versuchen in Zukunft erfolgreicher zu sein. Respektvoller zu sein. Liebevoller zu sein. Mehr Rücksicht zu nehmen. Verstehst du, was ich meine? Aber es ist nicht weg. Es ist nicht vorbei. Und ich finde, man darf nicht. Es gibt oft Situationen bei mir selber noch allgemein im Alltag. Wenn jetzt heute was ist zwischen uns beiden. Okay? Übermorgen vertragen wir uns. Du entschuldigst dich. In zwei Jahren hast du das vergessen. Verstehst du? Weil wir uns schon vertragen haben. Und die Sache hat sich gegessen. Somit hat sich das komplett gegessen so. Weißt du? So. Ich weiß nicht. Man darf die Fehler von damals nicht vergessen. Nur weil sie lange her sind. Auch wenn man es heute anders macht so. Man hat es mal getan so. Weißt du was ich meine? Man darf jetzt nicht daran kaputt gehen. Aber man darf es nicht vergessen. Wenn du sowas in den Song reinschreibst. Ja. Gehst du dann zu deinem Vater und spielst ihm das vor? Oder gibt es ihm nur das Album? Oder redet ihr darüber, dass das in dem Song ist? Oder hört er gar nicht die Musik? Mein kleiner Bruder. Ich lebe ja mit meiner Mutter in Frankfurt. Und mein kleiner Bruder lebt mit meinem Dad in Stuttgart. in Leonberg. Und er zeigt ihnen alles. Weißt du? Aber ich bin auch bei diesem Album. War ich dort. Und hab ihm ein paar Songs gezeigt persönlich. Den Song von meiner Mom. Und zwei, drei andere Songs. Diesen Song auch. Und redet ihr dann darüber nochmal? Oder hört ihr? Die Sache ist, ich hör das ja anders, wie es mein Vater hört. Weißt du was ich meine? Ja. Mein Vater hört sieben Wörter von allem. Er hört so sieben Wörter raus. Und das letzte Wort, was in seinem Kopf ist, dazu steht eine Frage. Weißt du was ich meine? So. Ich glaube ich müsste meinem Vater ausführlich erklären. Baba. Ich habe in diesem Lied. Das und das und das gesagt. Und dann ihm das abspielen. Und dann nochmal würde er mich fragen. Wo hast du das gesagt? Dann müsste ich ihm nochmal erklären. So wo das ist. Weißt du? Aber das ist alles gut. Mein kleiner Bruder wird es ihm entweder erklären oder nicht. Und ich glaube auch mein Vater guckt so bei Lyrics, Mirrics und so im Internet. Weißt du was ich meine? Du hast ein Bild von einem Koffer gepostet. Oh ja man. Was hat es damit auf sich? Der Koffer. Mit dem Vater ist damals mein Vater geflüchtet aus dem Iran. Er war im selben Alter wie ich, 24 Jahre alt. Und mein Vater ist ja vor dem Tod geflüchtet. Weißt du? Also sie wollten spezifisch ihn töten. Weil er in einer Organisation war, in einer Organisation ist. Und ja. 79, Revolution, Iran. Googelt einfach die Sache selber. Könnt ihr selber euer eigenes Bild darüber machen. Ich will gar nichts gut oder schlecht reden. Ich halte mich von Politik komplett raus. Wedem auch sei es mein Vater hat mit diesem Koffer geflüchtet. Er ist über die Türkei, war dort ein halbes Jahr. Er hat dort verschiedene Pässe beantragt. Also gefälscht. Ein, zwei Fluchtversuche aus der Türkei. Der zweite hat geklappt. Er ist hier angekommen. Der erste, der seine Heimat verlassen hat. Aus seiner Familie. Der erste aus seiner Heimat, der hier in Deutschland Fuß gefasst hat. Ich bin das erstgeborene Kind. So. Und Jahre später flüchtet dieses eigene Kind von zu Hause mit diesem Koffer. Weißt du? Es gab so viele Probleme, die ich zu der Zeit hatte. In meinem Kopf die Größten, die zweitgrößten waren zu Hause. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, auf der Straße. Draußen lief es auch nicht so blendend. Weißt du, was ich meine? Ich war eigentlich nur ein Streuner. Wir haben uns getroffen und wussten nicht mal, was wir machen sollen. Verstehst du? Aus dieser, aus diesem Frust bin ich so geflüchtet. Aus der Lage, wie ich zu Hause, was zu Hause abging. So. Dann habe ich diesen Koffer gepackt. Mit den wichtigsten, einer der wichtigsten Schuhe. Die habe ich heute immer noch. Von meinem Bruder Zett. Von damals aus der Knast Zett. Mit dem wurde ich entlassen. Ich habe ein paar Klamotten eingepackt. Die wichtigsten, die schönsten so. Und meine Bewährungsunterlagen. Die Unterlagen, die ich gebraucht habe. Bin dann erst zu meiner Mutter. Meine Mutter hat ein Leben lang in einer Einzimmerwohnung gelebt. Vom Sozialamt Geld bekommen. Und ich wollte ihr keine Last sein. Weißt du? Ich habe mir scheiße gefühlt. Ich mache nichts. Ich arbeite jetzt hier. Und jetzt komme ich. Und bin noch bei ihr so. So eine Last. Weißt du was ich meine? Dann bin ich von meiner Mutter gegangen. Nach einer Nacht direkt. Und dann, ich glaube ich habe nicht mal alle Nacht dort verbracht. Ich weiß nicht mehr genau. Oder doch. Dann bin ich zu meiner Schwester gegangen. Und war dort zwei, drei Wochen lang. In Ingelheim war das damals. Und. Und dann bin ich das erste Mal in Frankfurt in die Idealstudios gegangen. Mit Zufairn und SOTT zusammen. Ich weiß noch ganz genau. Ich bin dort hingegangen. Ich bin von Ingelheim Mainz nach Wiesbaden. Wie ist das? Ich bin dort hingefangen mit der Bahn. Und es war so krass. Weißt du was ich meine? Ich bin dort geblieben, Bruder. Verstehst du das, man? Ich bin dort geblieben, Bruder. Ich bin dort geblieben. Ich bin noch einmal zurückgegangen. Hab meinen Koffer geholt. Zack. Und dann war ich da, Bruder. Also das heißt, dieser Koffer zieht sich durch die Geschichte deiner Familie. Von meinem Vater, von mir. Und wer weiß, die Reise ist noch nicht zu Ende, Bruder. Oh, ich verstehe. Die Reise ist noch nicht zu Ende. Du wirst ja vielleicht auch mal Kinder haben. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist ja auch eine Flüchtlingshistorie, die damit zusammenhängt. Und den Weg, den du da beschrieben hast über die Türkei und so. Die letzten fünf Jahre war das ja auch in Deutschland oder ist das ein Riesenthema. Wie siehst du das? Wie erlebst du das? Du bist theoretisch die Fortsetzung einer Flüchtlingsgeschichte. Ja. Ohne die Flucht. Keine Ahnung, wo du jetzt wärst. Wie siehst du die letzten fünf Jahre, was das betrifft? Die Leute tun mir leid. Die Leute tun mir leid. Wirklich. Die, die ihr Zuhause verlassen müssen. Die, die ihre Sicherheit im Leben verloren haben. Die, die ihre Familien verloren haben. Die, die in einer Situation sind, wo sie sich wünschen, wieso hast du mich nicht auch noch getötet? Und aus diesem Frust dann irgendwie flüchten. Die tun mir leid. Die, die hierher kommen und Scheiße bauen. Und das Leid deren, die ihre Familie und ihr Zuhause verloren haben. Diese Ausreden auch nutzen, um hierher zu kommen und mein gutes Leben zu leben und Spaß zu haben. Und wild zu sein. Die tun mir nicht leid. Weil die machen diese Atmosphäre, die über die Jahre aufgebaut wurde, zwischen Refugees und den Einheimischen, egal ob hier, egal ob wo. Die machen das wieder kaputt. Und die machen das Leben für uns schwer. Obwohl wir nichts getan haben. Die machen andere Leute unsicher, die hier zuhause sind. Die hier zuhause sind. Sie fühlen sich nicht sicher. Und über den Kamm geschert werden die alle. Alle. Keiner sagt, das ist einer von der Sorte. Nein, wir sind alle gleich. Ich kann einer Seite, von einer Seite aus, die alten Leute verstehen, die verängstigt sind. Ich kann sie von einer Seite verstehen. Um ehrlich zu sein. Wenn ich in den Medien sowas andauernd nur sehen würde. Wenn ein Fall 15-fach von anderen Situationen gezeigt wird. Verstehst du? Im Endeffekt sind die Medien ja nicht unschuldig. Und über Politik und so brauchen wir ja nicht zu reden. Verstehst du? Da sitzen irgendwelche, egal ob es 60 Leute sind, 300 Leute in einem Saal und entscheiden über Existenzen von Menschen, die sie noch nie in ihrem Leben getroffen haben. Sie wissen gar nicht, was die Ausmaße es haben kann, ihre Entscheidungen. Und dann, wenn es so weit ist, ach, was haben wir getan? Du verstehst, was ich meine? Ich will mich von Politik verinhalten. Deswegen war ich auch gerade ein bisschen vorsichtiger bei meiner Aussage. Weil da werde ich sauer. Weißt du, was ich meine? Ich werde sauer auf vieles. Ich werde sauer auf die Menschen, die von den anderen Menschen in die Heimat gehen und Menschen töten. Ich werde aber auch sauer auf diejenigen, von wem die Waffen sind. Und diese Leute leben ein legales Leben. Aber deren Waffen werden verkauft. Und deren Waffen töten Kinder. Und diese Leute hier machen Gesetze. Und damit möchte ich auch aufhören, über dieses Thema zu reden. Ich möchte nur sagen, dass ich ein Mitgefühl habe für alle, die... Ich weiß nicht, wie es ist, sein Zuhause verlassen zu müssen. In dem Sinne, dass man komplett seine Sprache, die man spricht, alles, das bringt nichts mehr. Man muss komplett von null anfangen. Ich habe auch irgendwo mein Zuhause verlassen. Und ich bin auch irgendwelche Hürden gegangen. Aber ihr habt was ganz anderes durchgemacht. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass eines Tages es gar keine Länder, gar keine Grenzen, gar keine Flaggen, gar nichts gibt. Dass wir alle auf dieser Welt sehen, dass wir Gäste sind, dass wir alle zu schätzen wissen, was wir haben und uns lieben und gerecht zueinander sind. Weil es ist genug für alle da. Und der Mensch, sein Ego hat die Welt so kaputt gemacht. Der Mensch, seine Gier hat die Welt so kaputt gemacht. Auf dem Album sagst du auch, deine Mutter muss nie wieder Tüten tragen? Oh mein Gott, ja, dazu gibt es eine Geschichte. Und zwar, bevor ich bekannt geworden bin, habe ich in der Hood mit SJ einen Song gemacht. Komm, ich erzähl dir. Könnt ihr alle googeln. Nemo featuring SJ. Komm, ich erzähl dir. Und auf diesem Part rappe ich. Mama, dein Sohn wird ein Star, inshallah, Monatsanfang. Mama kann die Miete nicht bezahlen. Sie hat Schmerzen im Arm, denn sie muss Tüten tragen. Doch wie gesagt, ja, es dauert nicht mehr lang. Doch wie gesagt, ja, es dauert nicht mehr lang. Mama, ich tue, was ich kann. Dein Sohn wird ein Mann. Und in diesem Text rappe ich im Original. Deutsch rappt Michelangelo. Komm weiter hoch, obwohl davon keiner verstanden wurde. Mama, ich hab's geschworen, dass du nie wieder Tüten tragen musst. Ein paar Jahre später, schau dein Sohn an, es ist wahr geworden. Ech und eine, nie wieder geh ich zurück in das Ghetto, denn ich bin ein Star, 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 Star. Mama, Mama, nie wieder musst du, musst du, musst du Tüten tragen. Verstehst du? Das ist so eine Metapher für mich selber, so ein Bild. Krass, es ist wahr geworden. Weißt du, was ich meine? Perfekt. Eher auf jeden. Ja. Wenn du sowas schreibst, ob nun an deinen Vater oder an deine Mutter. Du hast nämlich auch noch einen Song, einen speziellen Song, der komplett nur an deine Mutter gerichtet ist. Und wo du ihr sagst, wie sehr du sie liebst. Wie einfach fällt dir das? Also kannst du das einfach so schreiben? Kannst du es im Studio einfach performen? Das ist gefreestellt, oder? Das ist gefreestellt. Guck mal, du hörst da raus. Es ist sehr simpel. Es ist jetzt kein Rhyme, wo man sagt, der dich ... Ich weiß, was ich meine. Es ist simpel. Warum auch? Weil es von meinem Herzen direkt für meine Mutter ist. Ja. Dieses Lied habe ich nicht für die Zuhörer geschrieben, die denken sollen, er liebt krass seine Mutter, weil er so krass rent für seine Mutter. Nein. Nein. Ich habe meine Augen zugemacht und habe mir vor mir meine Mom vorgestellt. Und habe mit meiner Mom geredet. Also das heißt, es war für dich einfach? Ich frage deshalb, weil viele Künstler ... Also ich finde den Song hoch emotional, ja? Und der hat mich auch wirklich berührt so, weil ... Ich habe auch eine Mutter, ja? Und ich habe ... Sie ist auch einfach die wichtigste Person in meinem Leben gewesen. Also du weißt, was ich meine, als in meiner Kindheit so. Und ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn sie nicht gewesen wäre. Und das hat mich halt echt berührt. Und worauf ich hinaus will, ist einfach, ich kenne von vielen Künstlern, dass sie das Problem haben, sowas aufs Papier zu bringen und dann auch noch im Studio vor dem Mikro ... Weißt du, was ich meine? Das zu performen. Ich habe dafür kein Papier gebraucht. Ich kann das nicht auf Papier bringen. Ich kann das nur von meiner Seele, von meinem Herz direkt ins Mikro bringen. Aber das ist halt krass, weil du sagst, es fällt dir einfach. Es kann einfach passieren. Und andere haben da so einen Block. Weißt du, sie sind so ... Es gibt dir den Tag dafür, wo du das machst. Es gibt dir den Moment dafür, wo du das machst. Verstehst du? So. Okay. Ich finde das beeindruckend. Guck mal, ich erkläre dir. Ich war mit Psy. Wir haben das gefreestylt. Der Freestyle hat gesessen. Und dann im Nachhinein haben wir uns gedacht, es ist so simpel eingesungen. Lass uns nochmal machen. Dann haben wir einen Termin ausgemacht, wo ich Mama neu machen sollte. Ich habe es versucht. Aber dann habe ich gesagt, hey, es bleibt genauso, wie es ist. Es bleibt genauso, wie es ist. Wir haben nur die Hook noch schön gemacht. Weißt du? Aber das ist ... Das ist mein Lieblingshorn. Ja, ist auch meiner. Ey, vielen Dank für das Interview. Sind wir durch? Wir sind durch. Kann ich noch ein paar Worte sagen? Aber Hallo. Okay. Leute. Ich nutze jetzt mal diese Plattform, um euch einige Sachen zu sagen. Es ist sehr schwer, in dieser Zeit heute erwachsen zu werden. In einer Zeit erwachsen zu denken, klar zu denken. In einer Zeit, wo man beeinflusst wird von Medien. In einer Zeit, wo man cool sein will. Weil andere auch cool sind und cool sein in ist. Wie es schon immer war. Aber Leute, vergesst niemals, was wirklich zählt. Es sollte für jeden ... Jeder hat andere Ziele. Viele von uns haben die gleichen Ziele. Aber auf dem Weg dorthin kann man auch menschlich sein. Auf dem Weg dorthin kann man auch gerecht sein. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe vielen Menschen Sachen versprochen, die ich halten wollte, aber nicht halten konnte. Mein Mund war größer als mein Herz. Äh, als mein ... Nein, 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 nein. Mein Herz ist sowieso größer als alles andere. Aber mein Mund war größer als meine Taten. Versteht ihr? Obwohl mein Herz es sich sehr gerne wünschen würde. Versprecht Leuten nichts vieles. Sagt Leuten nicht direkt Ja. Seid mutig, Nein zu sagen. Auch wenn ihr manchmal denkt, er wird jetzt schlecht über mich denken. Seid lieber mutig. Wollt ihr ihn lieber traurig machen? Oder wollt ihr lieber ihn glücklich machen und selber unzufrieden mit euch sein? Die nächsten Jahre, die nächsten Wochen, die nächsten Tage. Respektiert euch selber. Respektiert nicht nur andere Leute. Respektiert eure Familie und am allerwichtigsten. Respektiert euch selber, Leute. Seid ehrlich. Seid ehrlich. Ist egal, ob sie dich dann mögen oder nicht. Na und? Dann kommt er vielleicht mit dir nicht klar, wenn du die Wahrheit sagst. Aber dann weißt du, dass er nicht mit dir klarkommt. Dann weißt du, dass er nicht mit dir klarkommt. Dann weißt du, dass ihr nicht füreinander gemacht seid. Verstell dich nicht für jemand anders. Lüg nicht für jemand anders. Lüg nicht, um jemandem zu gefallen. Sag die Wahrheit. Manchmal ist die Wahrheit bitter. Ich weiß. Manchmal habe ich mich sehr oft nicht getraut, die Wahrheit zu sagen. Ich habe mich fast nie getraut, die Wahrheit zu sagen. Also das heißt nicht, dass ich immer gelogen habe. Aber ich habe die Wahrheit verschwiegen. Versteht ihr? Wenn man gefragt hat, hast du noch was dazu auszusetzen? Dann habe ich gesagt nein. Obwohl ich vielleicht was auszusetzen hätte. Ich wollte aber vielleicht in dem Moment andere Leute nicht traurig machen. Nicht enttäuschen. Das ist falsch. Nächste Sache. Vertraut nicht jedem. Vertraut nicht jedem. Damals wollte kein Schwein von mir was. Keiner. Auf einmal will jeder von mir was. Da hört es. Jeder will etwas. Deswegen ist jeder, der in meine Richtung kommt, aus einem bestimmten Grund da. In eurem Leben wird das nicht anders sein. Das ist nicht nur bei mir so, weil ich Nemo bin. Das ist nicht nur bei mir so, weil ich Rapper bin. Wenn ihr Business macht, dann seht euer Business als ein Business. Selbst wenn ihr Rap machen wollt. Und selbst wenn ihr da sein wollt, wo ich gerade bin. Oder noch weiter sein wollt. Oder euer eigenes Bild habt. Vergesst nicht. Das ist Business. Das bedeutet nicht nur Musik machen im Studio, ab und zu auf Tour gehen. Nein. Das bedeutet, du bist eine Marke. Das bedeutet, du bist ein Produkt. Und du vermarktest dich selber. Egal, wer dein Gesicht auf irgendein Plakat klatscht. Egal, auf welche Playlist du gesetzt wirst. Egal, welches Cover du bekommst. Du vermarktest dich selber. Du bist du. Und kein anderer macht dich, außer du selber. Mit allem, was du tust. Mit allem, was du sagst. Mit allem, wohin du gehst. Egal, in welche Richtung. Egal, welches Wort. Egal, zu welcher Uhrzeit. Als nächstes, meine Freunde. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr Zeit mit eurer Familie verbringt. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und ich liebe euch. Aber ich wünsche mir, dass wenn ihr mir alle paar Tage oder alle paar Stunden schreibt, ich liebe dich. Als Minimum auch bei euren Eltern macht. Sie verdienen das. Sie verdienen das. Ich fühle mich schlecht, wenn ich euren Eltern gegenüberstehen würde. Liebe. Weil eure Eltern lieben euch. Und sie bekommen vielleicht nicht so viel Liebe zurück. Aber sie sehen, wie ihr mich liebt. Sie sehen, wie ihr andere liebt. Sie sehen, dass die eigenen Kinder Leute lieben, die sie nie erreichen werden. Vielleicht. Versteht ihr? Auch wenn wir euch Gutes tun. Oder auch wenn wir euch helfen. Aber eure Eltern haben euch euer Leben gegeben. Eure Eltern werden ihr Leben für euch geben. Deswegen bitte ich euch. Gebt das nicht wegen mir. Sondern fangt an nachzudenken. Ich sage das nur, damit ihr anfängt nachzudenken. Gebt euren Eltern Liebe. Liebe zurück. Gebt euren Eltern Kraft. Kraft zurück. Hoffnung zurück. Manchmal ist eine warme Umarmung und ein Kuss auf die Backe viel wert. Glaubt mir. Irgendwann haben wir dieses Privileg vielleicht nicht mehr. Wir werden es höchstwahrscheinlich irgendwann nicht mehr haben. Ich liebe euch. Passt auf euch auf. Verzeiht mir meine Fehler. Ich versuche jeden Tag ein besserer Mensch zu sein. Ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Ich mache jeden Tag einen neuen Fehler. Ich sammle neue Erfahrungen. So ist es bei mir. So ist es bei dir. So ist es bei euch. Ich liebe euch. Im Original. 20.12. Bye-bye. Krasser Real Talk. Ich bin wirklich krass beeindruckt. Aber das war ich schon immer von dir. Das habe ich dir erzählt. Als ich es das erste Mal gesehen habe. Aber es zieht sich durch. Ja. Ihr habt es gehört. Album kommt an den Start. Ich bin jetzt sprachlos. Weil ich bin tatsächlich beeindruckt. Digga jetzt kein Scheiß. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt. Falten Meats. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.